Yo Leute was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch einen richtig coolen neuen Out of Map Glitch zeigen, wo man God Mode und alles hat. Der ist wirklich ziemlich krass und dann die ganzen Hater da draussen. Ihr müsst das Video nicht schauen und sowieso diese Glitches, die werden sowieso in den nächsten 1-2 Wochen gepatcht. Bei Fortnite möchte das ja selber nicht, dass da Glitches entstehen und ja. Wie ich natürlich Glück hatte, ist mein Einkaufswagen da hinten wieder mal abgehauen. Ich war beim Glitch, hab den Einkaufswagen auseinander gelassen und schon haut er ab. Keine Ahnung wieso der einfach weghaut. Und der kann richtig lange fahren, alleine ich hab keine Ahnung. Da komm ich wieder an gerannt mit dem scheiß Einkaufswagen. Und was ihr damit machen müsst, hab ich ja schon im letzten Video gezeigt. Das ist eigentlich ein ziemlich einfacher Glitch. Aber der braucht einfach Geduld, weil wenn man ein bisschen falsch steht, klappt der schon nicht. Oder wenn man da zu weit hoch fährt, fällt man wieder runter da. Und ich hab da sicher 7 oder 8 mal, dass ich da runtergefallen bin. Und dann müsst ihr alles wieder hoch gehen. Und ja, ihr kennt es ja selber. Die Leute, die glitschen und so, die wissen von was ich rede. Aber was man genau machen muss ist, man muss den Einkaufswagen so platzieren, dass die Griffe gegen die Wand schauen. Das ist die einfachste Sache von allem. Man muss ja einfach so wegspringen und dann schauen, dass diese scheiß Karre da nach hinten geht. Und was ihr machen müsst, ist einfach Viereck, X oder F spammen, dass ihr da den Einkaufswagen steuern könnt. Wenn ihr ihn steuern könnt, packt es euch automatisch unter die Map rein. Und ihr habt da God Mode, ihr habt alles da. Und wenn ihr noch Medikits und alles dabei habt, könnt ihr euch die ganze Zeit heilen oder ein Lagerfeuer. Und dann seht ihr, wie ihr da bis zum Schluss überlebt. Und ja, was eure Aufgabe jetzt ist, in diesem Moment, ihr könnt natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, eine Glocke aktivieren. Die da unten ist beim Abonnieren-Knopf. Wenn ihr die Glocke aktiviert, müsst ihr natürlich auch noch abonnieren. Ihr müsst nicht, ihr dürft. Es würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr ein bisschen mehr Zuschauer... Ich mache nicht nur Fortnite-Videos, ich mache auch WW2-Glitches und Challenges und alles. Falls euch das interessiert, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Das würde mich echt freuen. Und ja Leute, wenn ihr jetzt aus diesem Glitch wieder rauskommen wollt, müsst ihr einfach zum Einkaufswagen hochgehen. Dann könnt ihr den nehmen. Wieder fahren damit. Und dann könnt ihr ganz einfach wieder zum Glitch rausgehen. Und so seid ihr schon wieder draussen. Und man hört sich im neuen Video wieder. Bye, bye Leute. Tschüss. 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 Das war's für heute.